Hey Bros, ich bin Jack Daniel, warte gehts mit Misscreated und Janik sieht das Memorial, das heißt er ist gleich da. Hallo Janik. So. Hallo. Wenn du beim Memorial bist. Bist du beim Memorial? Ja. Bist du auf ihn drauf? Nee. Bist du beim Memorial? Ich bin bei diesem Baum. Komm mal. Siehst du mich vielleicht, wenn du runter guckst? Ich bin schon auf Memorial. Oh, du bist beim Memorial. Ja, gleich, warte mal. Mann, Daniel. Ja, was laberst du denn für Scheiße? Ich hab gesagt, ich sehe das Memorial, ich bin gleich da. Du bist ein schlechter Recruit. Du bist aber scheiße als General. Ich bin bei diesem Bissen gleich. Gleich. Ja. Wenn du oben drauf bist, dann sag es. So. Jetzt bin ich auf dem Parkplatz. Ich lauf da durch. Bin nicht so lange im Busch. Spring hier rüber, lauf hier hoch. Ich lauf auf dem Weg, pflück noch ein paar Blumen. Blumen pflück, Blumen pflück. Weiter geht's. So. Bist du oben auf dem Moment im Ältel? Ja. Bist du da? Ja. Okay, warte auf mich oben. Komm mal. So, wo bist du? Was ist da? Ah, da, hallo. Wo bist du? Auf dem Bommelhähn, äh, 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 Treppe. Okay, komm mit. Wo bist du? Da, bist du das? Nee, doch. Bist du das? Boah. Ja, Mann, Daniel. Halt die Fress. Klar nicht rum, mach dich leiser. Du musst dich noch erziehen, du. Komm her, oder gut? So, jetzt kriegst du den Schuld, Finte. Freust du dich? Nee. So, komm. Da vorne ist die Leiche. Loote die. Nimm alles mit, was er hat. Wir holen ab. So, den hab ich grad weggeschossen, weil er eine Axt hat. So. Ah, du Bastard. Nimm alles, was er hat. Alles. Das in der Keule. Was ist das? Munition, kriegst du dann gleich. Boots, nee, mach ich nicht. Mundschutz, boah geil. Finte, hast du? Ja, guck mal an, Junge. Ich bin Mediziner. Ah ja! Komm her, noch mal her. Schau her. Warte mal. Hier, nimm das hin noch. Hier, nimm das hin noch. Komm her. Das nehmen. Was denn? Ah, nimm das alles. Das ist noch Zeug von mir. Nimm das. Hast du? Ja. Okay, liegen lassen hast du hier nichts? Nee. Warte mal, hab ich denn jetzt Munition auch für die Waffe? Hier ist noch ein Longsleeve. Hier hast du noch ein Camo Scarf. Nimm das doch mit, Mann. Cool aus. Ja, ich geb dir gleich noch Munition. Nee, den hab ich gerade vorhin angehabt. So, komm mit. Ah, das ist jetzt Crafted Dings und ich hab aber in der Stadt gar keine Munition. Ich geb dir gleich Munition, komm doch. Ach so. Nicht direkt da, wir müssen nur ein bisschen abseits. Die Waffen sind jetzt geladen, wenn das rechts so drin ist, wa? Ja. Ja. Oben, ja. Ich hab 38 Grad. So, komm mal hierher. Wasser, hier hinten. So, komm mal hierher. Bist du da? Komm. Hier. Hinter dir. Du wirst du mich? What the fuck, alter. Alter, ich hätte dich so locker kellen können. Ja. So, Moment. Ich lass dir jetzt das hier fallen, okay? Vier Schuss für die Stotwünfte. Hier. Ja. Hast du sie gesehen? Warte. Hast du sie? Nee, wo sind die? Sind hier. Hier unten, oder was? Die sind runtergerollt. Sag mal nicht, die sind runtergerollt. Da sind sie, hier. Guck, hier. Hier, hier, hier. Ah! Die sind runtergerollt. Ach da, what the fuck, alter. Nimm das. Okay, man muss also aufpassen, wo man das platziert. So, Moment. Damit du dich auch auf der Distanz ein bisschen wehren kannst. Hast du die gecraftete 9mm Pistole genommen? Ja. Okay. Ich muss jetzt hier gar nicht nachladen, oder? Warte. Hä, ist das jetzt schon da drin, oder was? Ich geh mal ins Menü. Geh ins Menü. Hier auf G, dann siehst du oben die Stolzflinte. Da daneben muss dann die Munition drin sein. Ah, okay, gut. Ist die oben drin? Ja, die ist oben drin. Okay. So, ich geb dir jetzt noch... Obwohl, ne, eine Pistole kann ich dir gar nicht geben. Hab ich gar keine Muni für. Kann ich dir gar nicht geben. Aber ich glaub, mit der Stolzflinte bist du auch gut unterwegs, oder? Ja, ja, das passt schon. Oder warte mal, ich geb dir noch einen Revolver, da hast du noch mal zwei Schuss für. So zur Not, weißt du? So, guck, liegt jetzt hier am Boden. Munition ist drin. Kannst du ihn auch ausrüsten, dann hast du auch einen Revolver, zwei Schuss. Dann kannst du dich hier noch mal wenigstens ein bisschen besser werden. Passt. So. Dann komm mal mit. Brauchst du die Taschenlampe noch? Ne, ne? Ne, ich schloss die Taschenlampe, braucht kein Mensch. So, komm Janik. Oh, jetzt bin ich angezogen. Wir suchen uns jetzt ein gutes Örtchen. Wo man eine Base hinbauen kann. Wo wir auch uns merken, wo die ist. Und wo auch nicht so viele Menschen hinkommen. Irgendwo mitten in den Wald einfach. Nice. Würde aber sagen, hier kann man schon in der Nähe was bauen, oder? Hier so. Ne? Guck mal hier. Weil ich bin ein bisschen weiter hinten. Okay. Hier ist es perfekt. Hier sieht dich keiner so schnell. Hier ist man von überall geschützt. Hier ist es gut. Ja, hier ist es gut. Hier laufen tausende von Menschen rum. Ne. Ö. Hier, Komma. Jetzt ist es blöde. Wie viel Platz hast du im Inventar? Ja, nicht so viel. Ich bin voll. Wie viel hast du? Ja, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Sieben? Acht, neun. Wenn ich den Pullover anziehe. Okay. Dann mach mal so. Du gehst jetzt auf Holz. Blüten. Komm. Wo bist du? Da bist du. So. Wie ist denn das? Was hast du da? Das ist jetzt die gecraftete. Stole. Hast du da Munition für? Ja. Wie viel Schuss? Zehn. Okay. So. Guck mal. Hier hast du die Axt. Sag dir die. Musst du einen Baseballschläger dafür lassen. Hm. Baseballschläger weg. Hier aufpassen. Hier kommen schon ein paar Leute, glaube ich. Oder warte mal. Schau mal. Jetzt hat doch jemand hier geschrieben. Hier kommen, glaube ich, zu viele Menschen hin. Ich weiß nicht, ob das klug ist, hier was zu bauen. Oder? Was sagst du? Ja, scheiße. Scheiße. Hey, hörst du mich auch in-game? Nee. Warte mal. Warte mal. Steh kurz. Schau mal. Da steht in White to Clan. So. Hast du was bekommen? Ja. 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 Okay, nimm mal an. Dann sind wir im gleichen Clan. Wie kann ich das annehmen? Weiß ich nicht. Aber auch egal. Komm mal mit. Clan, da. Er sagt er weit. Ha! Was? Komm mit. Hast du die Axt? Ja. Komm. Ich kann dann doch woanders hin. Irgendwo halt mitten in der Bumper, wo echt niemand hinkommt. Weil wir müssen ja auch... Das Blöde ist, du musst jetzt wirklich verdammt, verdammt, verdammt viel Holz sammeln. Und währenddessen muss ich dich schützen. Ja. Lass uns mal einfach irgendwo hin. Am Wasser, oder? Ja. Ja. Oh ne, im Wald ist besser. Ich würde sagen, hier im Wasser, dass man sich auch orientieren kann. Hier so ein bisschen rechts rein. Hier so. Hier so. Warte mal, da ist ein Haus. Das ist halt... Okay, auch gut. Da vorne ist Campingplatz und so. Ordentlich gut. Gaby, suchen wir das Plätzchen? Ja, da bist du. Hier bin ich. Siehst du mich? Ja. Follow me. Wir finden schon ein Plätzchen. Daniel? Ja? Jetzt habe ich dich wirklich verloren. Hä? Wo bist du jetzt hin? Und ich bin wieder blind wahrscheinlich. Bist du nicht hinter mir die ganze Zeit? Ich bin jetzt bei so einem... Feuer. Ein Feuer. Warte mal. Bei so Autos. Hier bin ich. Guck nach rechts. Hier. Alter, dich könnte man so easy töten. Weißt du das? Ich se... Hä? Ich könnte dich so locker töten. Hinter dir. Wo bist denn du? Hinter dir. Rieck mich so am Arsch. Sag doch nicht recht, du volle Idiot. Davor war es rechts. Ja, davor. Na, komm. So, weißt du was? Ich habe keinen Bock hier 10 Jahre rum zu sein. Wir machen das einfach hier. So. Hier. Da. Hier. So. Hier schön. Soll ich es auch zu offen. Ist egal. Hier. Oder? Nee, Daniel. Komm, wir gehen ein bisschen weiter hoch. Mann. So geil. Okay. Ja. Es muss schon ein Safe sein. Komm da nicht rauf. Komm mal. Wir müssen sie auch wieder finden. Das ist ja die Scheiße. Dann müssen wir dann wieder respawnen, dass wir wissen, okay, hier, hier. Möch. 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 Mit dem Wasser ist eigentlich am besten. Lass uns noch mal ein bisschen laufen noch. Okay. So. Vorne ist dann diese Brücke. Da müsste hier Pinecrest und Sultan da drüben sein, ne? Möch. Komm, lass doch hier machen. Hier findet das keiner so schnell. So schnell, glaube ich, findet man das nicht. Hier so, da ist es gut. So, jetzt musst du ganz viel Holz hacken, bitte. Dann hierher bringen. Ich beschütze dich so lang. Ganz viel Holz hacken, so viel es geht. Muss nicht extra weit weglaufen. Du kannst auch den nächsten Baum hier nehmen. Einfach in einem Baum, so viel es geht, bis da steht, dass du nicht mehr kannst. Ich beschütze dich so lang. Hoffe ich halt. Hört so ein bisschen Ausschau. Ich deck dir den Rücken, sozusagen. Wartet. Oh, mein Name. Das ist eine spannende Aufgabe, die du mir hergegeben hast. Siehst du mal. Das Spiel hängt gerade, nicht wundern. Solltest du vielleicht wieder fangen? Okay. Mein Metall ist voll. Ist voll? Okay, dann komm her. Ja. Ja. Komm zu mir. Und lass das ganze Holz wieder fallen. Einfach alles wieder fallen lassen. Genau. Oh, und das wiederholst du jetzt so ein paar Mal. Hast du was gegessen? Ja, was getrunken. Hört man. Cool. Passt. Also, schön weitermachen. Kann ich das nicht consumen? Empty, also. Empty, scheiße. Okay, ich trinke den Whisky. So. So. Wieso laufe ich nur noch so langsam? Die Moch dann so lang weiter. Und Ausschau halten. Ganz wichtig. Wenn jemand kommt, müssen wir den Crafting-Menü immer schneiden. Warte, da kommt jemand. Da ist jemand. Hab ihn. Wo? Alter, Daniel, Mann. Scheiße, Mann. Krieg die Henne. Hab ihn gekillt. Deck mich, Mann. Deck mich. Deck mich. Scheiße, siehst du, das hab ich gemeint. Ach du Scheiße. Hat er dich getroffen? Ja, aber ich bandagier mich. Loot ihn mal. Gut. Scheiße, Alter. Scheiße, ich bin eine geile Sau. Ich hab den gekillt. Fuck. Ich kann dich auch bandagieren. Fuck. Nee, mach ich schon. Guck mal, sein Loot, ob er was Gutes hat. Geh mal hier. Ach du Scheiße, Alter. Kein guter Platz. Kein guter Platz. Wir gehen woanders hin. Ach du Scheiße. Der ist eine Schrotze. Oh, der hat bestimmt Schrotzen, Mulde. Oh, ja, nimm mal. Oh, der hat Essen. Nimm alles, was er hat, was man nehmen kann. Scheiße, Alter. Wieso geht denn... Der hat gar keine Schrotzen. Fuck. Hä? Wo ist denn jetzt deine Schrotzenmunde hin? Warte, lass mal gucken, was er hat. Wo ist er? Lass mal gucken, wie schnell. Alter, kommt einfach von da hinten hierher. Holy shit. Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, bis mein Leben langsam hoch geht. Fuck, Alter. Ah, gut, dass ich so schnell dir geht hab. Oh, ja, das war gut. Hat er was Gutes? Hat er Muni? Hat er Waffen? Irgendwas? Nix? Nur die Schrotze? Ja, nee, passt. Ich kann das nicht üben. Ich muss nochmal gucken kurz. Geh mal weg, du bist so nahe. Digosch. Ich kann das nicht rüberziehen, wenn du so nahe stehst. Warte mal, ich glaube, der hat geschrieben, wo wir hier sind. Pass auf. Beile dich mal ein bisschen. Ja, wenn du so nahe stehst, dass ich mich looten kann, Daniel. Geilig. Hast du's? Ja, bin ja da. Ja. Hat er noch was? Brennst du gerade? Ja, ich war dort. Äh, du hättest von ihm noch irgendwas nehmen können. Wat denn? Den Hoodie hatte ich gerade an. Okay, der Hoodie ist auch besser. Also komm, verbissen wir uns hier. Warte mal, warte, warte, warte. Gleich. So, abhauen, komm. Wieso kann ich hier nicht mehr schnell laufen? Ah, jetzt. Gut, dass ich den weggerotzt hab, alter. Scheiß mich ja. Ich muss... Er ist mal Damage getankt. Ich muss, ich muss einfach kurz, ich muss kurz ins Haus, ich muss hier warten. Wir müssen uns hier kurz ein bisschen vercampen. Ich muss mein Leben hochkriegen. So, beweg dich nicht viel. Ab irgendwo hin. Oder guck ein bisschen. Ich muss mein Leben hochkriegen. Die Schrotz ist auf die Tür gerichtet. Sehr schön. Wie lange dauert das? 35? Ja, es dauert ein bisschen. Ich hab schön geduckt. Noch hier irgendwas. Bumm! Hast du noch Bandagen? Hast du, aber ich brauch keine. Zwei hab ich noch. Hey, ist ein Polizeischläger. Meine Scheiße, Alter, wie der uns jetzt überrascht hat. Wieso bleib mir nicht hier, Daniel? Das ist wunderschön hier. Ja, komm. In the bay. Ich weiß, das Haus komm ich sicher noch renovieren. Warte mal, ich geb dir mal einen Camus-Garf. Komm mal her. Ich brauch den doch nicht. Ja, aber das sieht besser aus. Nee. Okay, dann lass ich ihn. Ich seh so cool aus. Ich hab viel Platz. So, wir warten ein bisschen, bis mein Leben hochgeht. Wird ein bisschen langweilig. Schau mal. Glaub ich denn hier Schuss? Bumm. Okay. Okay. Scheiße, Mann. Da vorne war einer, glaub ich. Oder? Nee. Bin zu vorsichtig. Nee. Aber lieber hier warten, bis mein Leben wieder voll ist. Anstatt, dass ich mich wieder wegrotzt. Ich wär ja fast gestorben, Mann. 38 Leben hat ich noch. Nee, 31. 30. Hätte ich nicht in seine Richtung geguckt. Wait, dude. Wenn ich so bei 70 bin, können wir loslaufen. Oder könnte man eigentlich auch jetzt, wenn du vorgehst. Ist ja auch lame. Gut, Leute. Wir machen erstmal einen kleinen Cut. Und sehen uns dann beim nächsten Mal. Das war jetzt gerade echt ein bisschen Action. Haut rein. Ciao. Tschüssi. Nicht vergessen. Däumchen hinterlassen und so weiter. Für diese geile Aktion. Hashtag. Keiner kann sich an mich anschleichen. Nicht vergessen. Habt ihr es in der Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.